Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, wir sind heute live international vernetzt. Hier läuft gerade Mina Ahadi, die auch sehr bekannt ist in Deutschland, weil sie den Rat der Ex-Muslime unter anderem mal gegründet hat und eben eine sehr, sehr bekannte iranische Aktivistin ist. Wir haben auch gerade schon gehört, dass die Nobelpreisterin Shireen Elbadi in einem 24-Stunden-Live-Programm hier auftritt und wir waren auch gerade aus Münster live in diesem Programm. Und wir nehmen jetzt noch eine Rede auf Kurdisch und Persisch auf, die Oberheit für uns vorbereitet hat und werden das dann auch noch dazu beitragen. Und wir haben dann noch eine Rede auf Medellten der Resserts-Nak-Thin und die Oberrwanderung drinnen und Arten in dem Erkrankung. Das ist eine große Herausforderung. In der Jahre 2020, die in der Jahre der Iran-Turm kam, es wurde von der Kürtischen Kürtischen betreffend. Die Kürtische Kürtische, die in der Ukraine die sich mit der Kultur und der Kultur betreffend ist, und die sich mit der Kultur betreffend ist, in der Kürtischen Kürtische, die in der Kultur betreffend ist, Das war die Werteilung des Menschen, die Menschen der Menschen auszuhören, die Menschen auszuhören und sich auf die Menschen auszuhören und die Menschen auszuhören. Der Geheimnis kommt aber noch zum Beispiel und der Menschen im Leben ist ein sehr wichtiges Ziel und die Menschen auszuhören. Ich behoffte mich, dass wir hier in der Zeit haben, dass wir uns in der Zeit haben. Wir haben diese Situation, die politische, öffentliche und öffentliche und öffentliche Regisseur der Städte zu beherrschen. Die Städte von der Freiheit und der Freiheit sind in der Zeit. Das ist eine Sache, die wichtigste. Wir haben die Ehran in den Städte, die in der Städte und die Städte zu beherrschen, die Städte und die Städte der Städte zu beherrschen. In der neue Zeit, die in den letzten Jahren der Sprechland hat, dass die Bevölkerung für die Politik, die politische und politische Zeit gehalten hat, leid zu werden. In derzeit, die Menschen, die sich die Menschen enthalten, die ihnen, die sie unterhalte, die sie nicht mehr und vorhanden, die sie nicht mehr und vorhanden haben. Wenn wir die Frage nicht sagen, ist, dass sie nicht mit dem Folgen zu geben. Sie können nicht mit einer Abnahme und dem Zulme zu geben. Die Abnahme gibt es nicht immer noch die Abnahme, und die Welt ist anders. Unlike als Sie mit der Geschichte, die in der Geschichte des Gesellschafts werden Sie in der Geschichte und die Menschen mehr auf den Weg zu sein. Sie müssen die Gesellschaft nicht in der Geschichte des Gesellschafts geben. Doch wie die Regierung kann das nochmals mehr um die im Raum um die Kinder und die Kinder die Ihr Kinder und der Kinder werden und die Kinder mehr um die Sicherheit und die Freiheit. Ich bin ein Denn das ist keine Sachen, die der uns die Judaismer hatte. Sie versteht doch nicht viele Menschen und ihre Wirkung. Die Krieg ist eine Klartheit und die Freiheit der Freiheit. Wenn alle Menschen in die Ukraine stattfindet, dann muss die Freiheit der Freiheit der Freiheit der Freiheit der Freiheit. In jeder Welt kommt die Wirtschaft und die Freiheit, da kommt es um das Verhältnis zu machen, wie es der Freiheit zu entfernen geht. In diesem Fall, in allen Dingen der Welt die Erländerung in den Kördhüsten ist, dass sich die Erländer darauf hinweht. Die Erländerung der Neuzéhns-Diplomace in der Aufstellung der Zentrale der Welt des Erländerungs-Dirmaßes schützt und die Erländerung der Welt in den Erländerungen der Erländerung, in der Erländerung der Erländerung in dem Erländerung der Erländerung, und die Erländerung der Erländerung auf die Erländerung der Welt zu verhalten. Die Erländerung in den Erländerung nicht unterschätzt werden, die auch die ihre Taten liegen am Ende der Iran. Sie Italian sind friedlich zu Meisterin. Sie sind richtig lokal. Sie sind sehr wissen, Sie haben auch die Situation und die Kultur. Diese Kulturen sind sagen, Sie müssen ihm eine Menge Menschen über die Abidum gerecht. In der große Halt, Sie haben die Kultur im Nachhinein geleckt. Sie sind ein paar Jahre alt- Cancer und die Taten sind. Sie sind eine Schmerzswcher und die Unternehmen in der Iran unditi. Wenn wir uns in der Welt leben, in der Iran und in der Welt leben können, dann können wir uns wiederholfen und freiwillig werden. Wenn wir freiwillig werden, dann können wir uns wiederholfen. Vielen Dank.